so was haben wir wo 5, 6, 9 5, 6, 9 5, 6, 9 ok da ist der das, das das, das das, das eigentlich dünne Geräte besitzen wir gar nicht, hä? was? dünne Geräte hier unten stand doch eigentlich mal ein Dinger rum, oder? ach ne, den hab ich verkauft in einem weil ich hab das verkauft was sinnlos rum steht ein dünne Geräte ist doch nicht sinnlos rum ne, da stand nur noch rum, da in LKW so, ist nimmer, ne? tun wir mit Gülle, oder? da kann man Zubringel mit Gülle weil da mehr ein Gülle Zubringefass haben wir ja da wir können den IVW50 mit Güllefass nehmen den jetzt mal und da macht Gülle Theoretisch könnte ja einer den W50 mit Güllefass nehmen einer nimmt das HTS 225 und einer macht, äh, Zulieferer Satelliter da ja, weil wir haben ja ein, äh den hab ich jetzt da oben hingestellt ach, den würde ich mir so runter der HTS ist ja kein Güllefass zum Spritzen das ist nur ein Transporter wir haben aber einen großen Zulieferer haben wir der große jetzt, der bei Gülle steht der hat jetzt 35.000 Liter drinnen weil der könnte mal damit, äh, zuliefern Thomas sitzt schon drinnen müsste halt mal den Traktor wieder zurück bringen mit denen ich jetzt gerade am Weg war äh, Güllefasschen, äh, ja jajajajajajaj der geht ab hier wie die wie die Spitzkatze da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Aaaaah Das Lenkradschloss eingerastet Jetzt brauchen wir dich hin Der ist nicht der Gehnein, ich mach mal auf Feld... Ja, dann mach ich erst mal Feld 5 das Richtige sind dann noch zum Nachfilmen Ich bringe erstmal den Traktor zurück und dann hole ich einen Ural zum Güllezuliefern, oder? Ja, der steht ja schon am Beruf. Der große wird die 35.000? Ja. Das ist aber, wo ich vorhin schon Gülle zugeliefert habe, irgendwann die Industrieanlage. Bidi Bidi. Wie geht's, du speculative. Aber wenn du bei mir das ist, du bist. Wie funktioniert es? Wie funktioniert es? Kommt, du bist. Wie funktioniert es? Du bist. Schauen, dass irgendwo da vorne kommt ein Kreuzung. Ah, da kommt die Kreuzung schon. Ich schlapp bloß jemanden bei hin. Ja, ich bin gleich unten. Ich bin jetzt oben schon bei der Kreuzung und runter geht Silo. Ich habe jetzt noch 3000. Kannst du aber ganz schön öfter fahren und heute findest. Oh, halb so wild. Ist eine Beschäftigung. Ich bin gleich beim Ortsschild. Gib Gas. Ja, wenn ich schon 50 fahre. Mit dem Traktor. Mit 50 hier die Schikane durch. Jetzt war ein Stalin vorbei. Jetzt überhole ich noch ein Grappi. Ja, das ist ja kein Problem. Mit dem Traktor. So, jetzt bin ich schon im Hof. Muss nur noch den Traktor in die Garage stellen. Ich bin gleich leer. Jo, ich bin gleich da. Ich habe auch nur noch eine Nummer 20. Ich habe nur noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Jo. Ist das jetzt aus? Ja. Ich bin so nahe nachgelaufen. Na, wo ist jetzt die Taste dafür? Ah, hier. Hallo. Hallo. Ja. haha. Haare. Hallo. Oh, ich hab keine therapy. Genau. Vielen Dank.